Kniffel-Michel, wusstest du eigentlich, dass unser... Ja... Who you gonna call? DICE BROTHERS! Tududududududududududududududududududududududu Das ist ein ganz entscheidenden Teil da dran... Anteil da dran... Teil da dran... Tan-tan, Tan-tan Tan-tan-tan Tan-tan-tan-tan-tan Du hast mich erwischt! Naja, auf zum Spiel! Komm, das war so geil. Einer Heidenarbeit... Wenn du nicht gelacht hättest, ich hab nicht gelacht. Du hast gebuchtet. Um die Wurst. Weiß ich noch nicht. Das ist scheiße. Das ist viel zu lang. Mach noch mal. Genau, Würfelwiss.